What you doing, I've been hustling. Hey, stay, 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 say what you doing, I've been hustling. Yeah, I've been hustling. Das kann er heute. Und meistens dann, wenn es so entschieden ist. Aber dann haut er noch zweimal den Deckel drauf. Holmes für drei kann er gut, macht er auch. 37 oder 39 Punkte in Lausanne, wo Winterthur noch nicht gesehen hat. Wie geht Winterthur mit so einer Dejanocle rum? Wir werden es gesehen. Russell Permenter wird konsequent gesucht. Holmes für drei wieder frei, wieder drin. Er kann und drei Dejanocle haben ihn verpasst. Wir sind wieder zurück, gut zu doppeln von Winterthur. Aber befreit von Dejanocle. Abgelegt auf Lehmann, der jetzt immer einen Holmes vor sich hat. Drei Versuche, nein. Schön verzögert. Und dann wieder Marco Lehmann frei gefunden. Schön umgespräch. Drei. Marco Lehmann. World Cup Tour de Terri 21. 13. Heidemir. Aber Ara kommt schnell zurück. Das ist auch gut. Weiter Drei. Drei. Unglaublich. Oder nicht richtig. Man muss es vielleicht so sagen. Aber dann umso mehr. Drei. Drei. Dejanocle. Bis der Ball in der eigenen Hände ist. Vorher wird gar nichts gemacht. Drei Versuche, Brani Kostic. Drei. Drei für Drei. So wichtig jetzt. Das ist gut, das muss man nämlich nicht mehr für das Anführen anführen, so ein Anfahrtsjahr. Holmes versucht den Dreier, Anklebreaker gegen Dejan Ogler, der reicht fast noch zu. Und den Dreier mit Passer, was für ein Highlight-Play! Freienwurf, Dreier, wichtig! 3 für 3, Dejan Ogler! Jawohl, Big Play! Riesen-Dreier von Dejan Ogler, plus 5, jetzt die Defender. Wir führen jetzt den defensiven Fokus, das gefällt mir fast besser als durch den Offensiv-Rebounder. Und dann Spazi, Anfahrtsjahr. Nächster Dreier, Holmes, drin. Stauprobleme, unglaublich. Die Fans sind doch relativ lang, hoffen wir, dass ihm niemand draufsteht. Holmes, die Härtverteilung von Brani Kostic. Macht das besser als vor Marco Lehmann. Anfahrtsjahr. Such permanent, findet den Baseline-Spin. Dort ist zu, dort ist dreimal zu. Holmes, wieder ist Kostic da, guter Fake von Holmes und für 3 drin. Unglaubens, das 6.3er von Mark Holmes. Da klopft den Ball so richtig, wenn er in die Hände geht. Gut in einen Outplay und dann... Schön rausgespielt von Grani Kostic für 3. Dejan Ogler gegen 3, jawohl! Explosion vom Dejan Ogler. Und jetzt bitte, lieber! Press gebrochen, was das eine war. Plus 5 für Arau. Anders Arau als letztes Mal. 3er, 3er! Ander Jakobelwitz! Also! Also! Hat sich freiwerfen von dieser August, die er mitgebracht hat aufs Feld. Ich bin ein, 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 ich